Musik Sacken! So ein Drecksack, fahr'n ob jetzt! Schlafen! Gut, dass ich alles so gut hab' Jetzt gucken wir mal, ob der Wombo da ist Entschuldigung, wer ist so eine Blutsarke, ne? Blutsarke! Wind! Wischend nehmt, hau' jetzt kommt der Püppel Wischend nehmt! Wischend nehmt! Wischend nehmt! Wischend nehmt! Jetzt kommt mein Freund! Jetzt komm her! Schau mal da! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Pura Depp! Mhhh! 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 Ein schönes Tier. Kollege. Schau, was er jetzt bekommt. Le Rustic. Ja, der ist ein Tier. Der ist ja schon... Oh, lieber Gott. Warte mal, ich bin weisvoller. Ah! Woher läuft der schon davon? Ah! Ah! Den bring ich ja geil durch den Zau durch. Mambo, komm her. Guck mal, was ich da habe. Der ist noch ein Ding. Ist doch Wurst. Das kann man mit essen. Guck mal, jetzt packt Bratz. Fein. Lecker. Ein wie der Käse riecht. Ah! Ja, das kann ich da hin. Lieber Gott. Was geben wir dir dem halben Viech? Was hat er denn vorgelegt, dem Ohr? Ein Breizkater jetzt? Aber schon kommt es ja schon. Jetzt pack mal den Käse. Komm, dass ich den filme... ...und dann pack mal den Käse. Hm. Schon noch mal. He, Margie. Jetzt ja. Der packt nicht, gell. Jetzt gibt es ja schon Vorspeise. Hm. Wecker noch. Du. Du hast ja mal einen Speicherplatz geholt. Hat er denn jetzt einen Scheißloch? Tun wir mal den Käse weiter. Also das ist ein siebter Gehalt. Also normal müsste man riechen. Du hast ja damit so ein bisschen Käse essen. Du hast ja damit so ein bisschen Käse essen. He. Ach, das ist ja eh gute Sachen. Hm. 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 Wecker hat er gesagt, Kollege, es packt ihn gerade. Ha, 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 ha.